bei welchen bisschen jetzt? beim vorletzten. welche haben wir denn noch übrig? ganz einfach. ja jenis es bleibt entweder glas oder soul sand. ok sekunde. du bist nun abwesend. ja ja jetzt macht nichts. okay soul sand und dann das letzte. 3 und was bleibt übrig? ich glaube glas 0. so jetzt sag ich mir das nochmal. steh im chat. kann ich nicht öffnen während ich im anbus bin. okay. ähm 7 1 2 3 0. normalerweise wenn ich mich nicht verhört habe. jawohl. mein spitzes irrchen mal wieder. infinity. ne infinity. 2. ok. ich wurde teleportiert. ja. ah ah ich weiß ich weiß wie. hä? wo wurdest du hin teleportiert? zu dir? schau wieder. aha. was? 8. 8 ist das zweite. echt? da ist da ein knopf hier an der seite. oh lol. nein. oh lol. 8. ok ich bin durch. wie durch? ja du musst da durchlatschen. ach du scheiße. jetzt muss hier irgendwo ein schalter sein. 5. äh das ist ein schild. 5. 5. ja und jetzt? weißt du noch? 2 8 5. 6. 2 8 5. wo steht bei dir 6? hier ich bin bei einem schild. hier unten. hier. ok jetzt. hier. ok jetzt. 2 8 5 6. lol. 2 8 5 6. lol. 2 8 5 6 8. ok und wie kommen wir jetzt zurück? ich würde mal sagen runter. ich würde mal sagen runter. oder auch nicht. hm ich wurde teleportiert. ich bin wieder bei der 8. ne die 8 haben wir doch schon. 8 jawoll. hier ist ne kiste. wo denn? hier. oben. hey ganz oben oder was? ja. ich schreib schon mal. was war's? 2 8 5 6 6 8. Alter das geht ja ewig. lol. sicher dass ich da heute nicht immer zurück teleportiert werde. ähm. ist das normal dass der ambos jetzt kaputt ist? äh. ich glaub nicht. also der raum 12 ist jetzt offen. äh. ich komm nicht nach ganz nach oben. lol. wo bist du? ich komm nicht nach oben. bei höhe 172 werde ich zurück teleportiert. ja dann lauf mal nach unten. aber zur 12 ist offen. falls du das gesehen hast. lol. ne karte 7. ne ich komm hier nicht mehr raus. ich hab ne karte 7 bekommen. echt woher? keine ahnung. ich hab nur ne karte. ich hab nur ne karte. äh. da steht da karte und dann raute 7. äh. wie bist du hergekommen? ich hab mich teleportiert. äh lol. äh. okay. lol. youtube. müssen wir das jetzt nochmal machen? nein. ich will es nicht nochmal machen. ja. aber da stand doch. der amt muss ich jetzt wieder da. äh. jannis. ha. ich würde sagen wir machen hier ne kleine pause. ach so. ja. mach mal. ja. und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. bis gleich. tschüss. eins. eins. ja und damit. willkommen zurück. hier. äh. ich hab kurz gegessen. jannis ist auch noch da. ja. und. wir waren da hinten bei. beim. zwölf. genau. hier bei gone. das zu ist. genau. passiert irgendwas? äh. nein. aber warum ist das da? also warum ist das zu? weiß ich nicht. und es lockte sich loading in unseren test channel ein. na? ach egal. ist jetzt egal. ach egal. aber warum. warum. und warum ich hier. du hast da. du hast da geguckt. da ist ja nichts dahinter. gell. ja. absolut nichts. also. für alle die es. vielleicht sehen wollen hier. es ist nichts. und der code ist. 11. auf. 58. 3. ja. keine ahnung wie man das rausfinden soll. das kann ich euch auch nicht sagen. wir cheaten hier jetzt einfach mal. fett krass. alter. ich komm da nicht rein. so. Tür 13 ist offen. gott. Tür 13. die heißt YouTube YouTube YouTube. öh. oh. 5. mein ihr Kraft okay. 5. 2. 2. mach einfach mach einfach. dann. ok müssen wir töten. so jetzt. 5 2 1 oder jetzt in töten ja 5 2 1 2 1 ok sicher das ist richtig ja töd ihn einfach mal okay da 5 2 1 2 1 oder ja glaube ich ich glaube ihr nicht ich weiß nicht dauert ein bisschen also das erste schön fünf minecraft expert de ok 5 ok nochmal dann kommt eins ja ok also aber du darfst den schalter nicht immer umlegen 5 1 4 1 1 5 1 4 1 1 glaube ich ich dachte muss den schalter immer umlegen ne 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 machst du damit gar nichts das bond immer irgendwie automatisch checking okay der checkt mich schon mal zu lang 5 3 sie ist aber schon wieder anders 3 5 1 also jetzt ist schon wieder an das ist eine andere ach warte wer spawnt 2 wir brauchen wieder fünf dinger ok nee ich gehe einfach hin und du sagst mir nur dann 2 leut sich den seinen nummer nicht 252 ja jetzt kommt nur 252 für den 2 okay checking